Der ELISA-Test ist ein Verfahren, das ihr wahrscheinlich in Kombination mit Immunbiologie behandelt. Es ist ein Verfahren zum Nachweis von Molekülen. Also, ihr wollt also testen, ob ein bestimmtes Molekül in eurer Probe ist, zum Beispiel einer Blutprobe, und dieses Molekül sieht so aus. Dann habt ihr beim ELISA-Test ein Gefäß, das innen mit Antikörpern ausgekleidet ist, die spezifisch zu dem von euch gesuchten Antigen passen. Das heißt, nur das gesuchte Molekül kann an diese Antikörper andocken. Jetzt gebt ihr eure Probe in dieses Gefäß. Wenn das gesuchte Molekül vorhanden ist, dann werden diese an die Antikörper am Gefäß binden. Jetzt spült ihr das Gefäß einmal aus, um alle ungebundenen und unwichtigen Moleküle aus dem Gefäß zu bekommen. Sollte das von euch gesuchte Molekül nicht in der Probe gewesen sein, dann ist euer Gefäß jetzt genau wie am Anfang. Jetzt gebt ihr ein weiteres Enzym in euer Gefäß. Dieses bindet ebenfalls an das von euch gesuchte Molekül. Die Besonderheit von diesem zweiten Antikörper ist aber, dass hier noch ein Enzym dran hängt. Wofür man das braucht, dazu gleich mehr. Wenn in eurer Probe also das gesuchte Molekül war, dann habt ihr in eurem Test jetzt einen Behälter mit Antikörpern auf der Oberfläche. An diese Antikörper sind die gesuchten Moleküle gebunden. Und an die wiederum die zweiten Antikörper mit dem Enzym. Jetzt spülen wir nochmal, um die überschüssigen zweiten Antikörper herauszubekommen. Als letztes geben wir ein Substrat, also ein Stoff hinzu, der von den Enzymen an den zweiten Antikörpern zu einem Farbstoff umgewandelt werden kann. Ihr habt also das gesuchte Molekül nachgewiesen, wenn sich der Test im letzten Schritt verfärbt. Wie bei jedem Experiment kann es natürlich zu falschen Ergebnissen kommen. Also macht immer mehrere Ansätze und Kontrollen, um sicher zu gehen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr auch in Zukunft Hilfe in Bio braucht, dann abonniert doch auch gleich den Kanal. Fragen und Anmerkungen wie immer in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.